Das Schönste am Leihstift ist ein Klau. Ein leichtes Kratzen oder Schaden. Höre ich genau und etwas länger hin, bekommt es etwas Unheimliches. Es könnte auch ein an der Tür oder ein in einer Schublade oder ein unter dem Schreibtisch kratzendes und schabendes Etwas sein. Das Etwas redet durch das Kratzen und Schaden. Vielleicht droht es mir. Auch um es zu verstehen, ist dem Leihstift unbedingt zuzugehen. Was murmelt es in seiner Art? Vielleicht sind es Wahrheiten. Könnte gesagt werden, dass es ein Leihstift ist.